Oh Mann, das Auto springt schon wieder nicht an. So kann jetzt nicht arbeiten gehen heute. Naja, ist auch nicht meine Schuld und nun bekomme ich trotzdem. Stopp! Wenn deine Mitarbeiter nicht ihre Arbeit leisten können, weil sie nicht zur Arbeit kommen können, dann haben sie nur unter diesen drei Voraussetzungen Anspruch auf den Lohn. Erstens, der Grund liegt in ihrer Person, wie Krankheit oder Unfall. Eine Autopanne, Stau gehören nicht dazu. Zweitens, sie treffen kein Verschulden. Und drittens, das Arbeitsverhältnis dauert länger als drei Monate. In anderen Fällen haben sie keinen Anspruch auf die Lohnfortzahlung. Für mehr Rechtssicherheit in deinem Unternehmen, folge mir.